Ich muss rüber, du musst auch rüber. Nett, schnappen. Hinlegen. Meiner fressen. Ja, toll. Mann, war ein bisschen. So ein bisschen. Wo haben wir das jetzt gemacht? So ein bisschen joit. Oh, Mann. Ich dachte, ich gehe hier weiter. Guck mal, das war nur eine Grabkammer, ne? Also für meine Kamera. Ah, hm. Ne, da, da. Ja. Wie doof war das denn? Oh. Äh, stimmt. Alles. Alles umsonst. Ich weiß gar nicht, wo es weiter geht, ey. Hm. Warte mal. Hier unten vielleicht? Hm. Wer ist da? Da drin? Nee. Hier waren wir eigentlich schon, ne? Ja. Wir sind da lang dran. Hier waren wir schon. Wir gehen mal komplett zurück, ey. Wie soll ich sagen? Da müssen wir wieder zu diesem Tempel-Ding, weil wir hatten ja irgendwie eine Hand gekriegt, oder so, ne? Kann das sein? Gucken wir mal. Oh. Hoppala. Ihr könnt bis in alle Ewigkeit die Finger und Zehen eures Toten Gottes sammeln. Aber ich allein herrsche über die Mächte, der du hast. Nicht mehr lange. Okay. Ach, hier war. Hier fahren wir vielleicht? Ja. Ich weiß nicht, wie du schädelst da oben. Das müssen wir da auch irgendwie kriegen. Oh je. Hier gehts weiter. Ich glaub 20 Minuten. Dann haben wir umsonst da erst mal. Haha. Das ist das. naja nicht schlimm können wir als einleitung nehmen das wasser heizt sich auf nicht Der war das. Nein, der war das. Nein, der war das. Nein, der war das. Der war es auch nicht. Da war es der. Nein. Oh, ist der hier. Hm, den würde ich nicht machen. Oh, da ist er. Moment. Warte mal, da ist es. Super. Aha. Toll. So, ausgemacht. Da wirst du wohl nicht hochkommen. Hä? Ah, warte mal. Ich kann natürlich mit Sicherheit auch im Wasser verwenden. Oder? Naja, wohl nicht. Oder so eine Bastelaktion. Irgendwie muss man da hoch. Deswegen hat es schwer. Ach du, hier hört die so weit hoch springen durchweg. Ach ja, siehst du? Boah. Aber du hast ja kein Feuer, oder? Warte. Nimm doch deinen Stab. Oder so. Nein, das ist nichts. Dann nimm mal den Stab. Ah. Nö. Nö. Aber irgendwie musst du auch hier hoch. Es ist, ähm... ... ...habe ich noch was anderes? ... 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 Ja, Mann. Warte mal. Wapp. Brauchten die Kammern? Die Granaten, so. Macht das auch mit. Und ich komm ja da nicht hoch. Und wenn ihr denn... Ach nicht, auch nicht wahr. Ja, deine Kugel hier, ne, ist so hoch. Mh, dürfte passen. Ah, dürfte nicht, ey. Ah ja, zu nah. Pff. Oder mehr am Rand. Rand hier. Ne, gibt's auch sofort. Pff. Boah, ist das am Ruppeln in der Hand. Äh. Mit dem Pen. Ähm. Hm. Ja, war's ja fast oben. Hahahaha. Ach, ne. Warte mal, diese bumme Bastelsacke. Aber, warte mal, wenn ich jetzt hochgehe, bin. Und du mir dann das Seil hochgebst. Also, mich mal mit mir verbindest. Müsstest du doch über den Stein hochkommen. Ja, mach nochmal das Seil für mich. Ja, komm mal, komm. So. Und jetzt gehst du zurück auf den Stein. Und dann verbindest du mich mit hier. Nein, lass los das Tabel da. Und jetzt gehst du auf den Stein. Ach, lebt mich doch am Arsch, ey. Jetzt machst du das Ding da an. Und holst die, äh, die... Ähm. Und holst du eben die Maske. Ja. Ey, da drauf kommt der kein dümmster Mensch, ey. Hahaha. Da kommen schon wieder Viecher. Ist okay, ich spare, ne, Young. Hahaha. Nee. Hoh, du mal die Waffe. Hoh, Granatwerfer. Wow. Ja, was für dich. Alles kann man nicht tun. Okay. Ähm, was ist das denn hier? Ist das auch so ne... Backelkacke? Hier. Ähm. Ja, alles klar. Tschüss. Ja, macht mal, dass ich da wieder hinkomme. So. Wir müssen da durch, um diesen Schacht zu entzünden. Nein. Wenn wir ja wo hinkriegen. Ah, da ist ein Schädel. Oh. Ach, da unten. Ja, hoffentlich. Oh. Äh. Hast du losgelassen? Ne, eigentlich nicht. Hahaha. Bleib oben. Ähm. Kommt man da nicht von unten hoch? Hier so. Na, nö. Was ist das denn nicht? Da sind zwei Kanopen oder was auch immer. Rechts. Na, die holen wir uns dann. Ja, da müssen wir doch hier rüberspringen, oder? Na, ich muss meine Gasohle machen um. Ja, sonst geht die... Äh, da gibt's dann eine Klappe offen. Ähm. Wenn ich jetzt doch... Einfach drin nicht schreien, genau. Wenn ich dann wieder so mache, kann ich es nicht sagen. Nein. Oh, nein. Vorsicht, Stufe! Nein. War nicht dran, irgendwie. Läser. Boah, voll am wuckeln hier. Irgendwas kommt da hin. Ja. Oh. Und nicht richtig? Oh look, ich werde nur der.... Annarzt. Wasinn, ich lasse dir? Und nicht ganz glücklich? Was ist das? Oh, you're good. muss wieder rein da ist der Schacht jetzt müssen wir ihn nur noch anzünden das müsste helfen und jetzt den Schacht du musst die Dinger da anstecken aber wenn die ins Wasser gehen, sind die auch gut dem Wasser ist wie wackelend aussieht Ach, warte mal, ja, andersrum. So gefällt dir das. Lol. Was sind das für Dinger, äh? Man kann's nicht nehmen, irgendwie. Mit meinem Strahl. Weiter geht's. Da ist Wasser, guck mal, hier. Hm, kann ich gar nicht anmachen, ja. Nee, Wasser ist hier verkehlt aus. Wir müssen das Wasser irgendwie ablassen können. Ach, guck mal, was heißt. Man muss sich da erheben. Naja, toll. Oh, du hast einen Haken, ne? Ja, dann. Da musst du mich wahrscheinlich drüber laufen lassen oder so. Bestimmt, ja. Na, nur diese Dinger. Oh, egal. Dann holen wir die mal eben. Das ist nur ein Schädel, wa? Na? Na. Ey. So. So. Hm. Ach, guck mal, da. Da ist auch noch was hier. Ach, guck mal, da. Na. Na. Hat es noch zu, ey. Hm. Das ist ja wieder für eine Basel. Was ist denn wieder für eine Basel... Ecke. Hat es zu, ey. Hm. Hm. Das war's für heute. Ah, sobald dieses Becken warm ist, wird das Gas zum nächsten Schacht umgeleitet. Hä? Wie hast du das denn jetzt angemacht? Ja, wissen wir, ich bin einfach hingesprungen. Da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Ja, okay. Warte, Diamant schon mal ein bisschen. Äh, ich müsste irgendwie aus dem Wasser und sterben vielleicht. Wir wollen ja. Boah, das fett ist ja wahrscheinlich. Aber da kommt noch mehr von Zomex-Zienern. Sie dürften kein Problem sein. Das wird sich zeigen. Oh, hier hoch. 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 Oh, nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020